Musik Die Genossenschaft bietet eine große Bandbreite. Von Single-Wohnungen über Familienwohnungen bis zu hochwertigem Wohnraum für alle Generationen. Wir verfolgen dort den Ansatz, dass Jung und Alt zusammenwohnen soll. Das Angebot unterbreiten wir. Allerdings wird es natürlich von den Menschen unterschiedlichen Anspruch genommen. Wir setzen sehr stark auf den Einsatz erneuerbarer Energien. Mittlerweile wird mehr als jede zweite Wohnung in unserem Bestand von 4000 Wohnungen mit erneuerbaren Energien versorgt. Das werden wir weiter ausbauen. Unser Ziel ist es, auf mindestens 80 Prozent zu kommen und damit einen Beitrag zu leisten für die CO2-Reduzierung. Denn der Einsatz erneuerbarer Energien ist praktizierter Klimaschutz. Die grüne Genossenschaft, so wie wir auftreten, ist ein Zusammenspiel aus gut gepflegten Wohnanlagen, die mit viel grünem Wohnumfeld ausgestattet sind. Und die Kombination aus energieeffizienten Wohnhäusern, erneuerbaren Energien, das ist für uns die grüne Genossenschaft. Die Genossenschaft ist eine Gemeinschaft gleichgesinnter, die Mitglied werden bei uns, damit auch Anteilseigner, wenn man das so will, und sozusagen in ihrer eigenen Wohnung, die so eine Art Eigentumsstatus fast hat, wohnen. Die Mitglieder partizipieren von dem zentralen Ziel der Genossenschaft, keine Renditen zu erwirtschaften, sondern Vorteile für unsere Mitglieder. Und das unterscheidet uns grundsätzlich von Kapitalanlegern oder renditeorientierten Unternehmensformen. Unser Ziel, Nachhaltigkeit, ausgedrückt durch langfristig bezahlbares Wohnen sicherzustellen, das ist in meinen Augen ein guter Grund für jung und alt, Mitglied der Genossenschaft zu werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017